Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Videoreihe des Themanschwerpunkts betriebliche Mobilität. Mein Name ist Mario Hirtz, ich bin assoziierter Professor und stellvertretender Leiter am Institut für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität Graz. Im Themanschwerpunkt Technologien einer nachhaltigen betrieblichen Mobilität haben wir drei Videos vorbereitet. Wir starten mit einer Einführung in die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die dahinterliegenden Ziele der nachhaltigen Mobilität. Das zweite Video behandelt die verschiedenen Antriebstechnologien und diskutiert die jeweiligen Eigenschaften und Einsatzbereiche. Im dritten Video stelle ich Ihnen Technologien der Digitalisierung und Automatisierung vor und diskutiere verschiedene Anwendungsszenarien in der betrieblichen Mobilität. Wir möchten Ihnen im Zuge dieser Videoreihe einen Überblick über die Transformation des Mobilitätssektors geben. Neben den Lernvideos werden Ihnen Literaturverweise und Aufgabenstellungen zum Selbststudium bereitgestellt. Am Ende des Kurses können Sie eine Selbstevaluierung über das gewonnene Wissen durchführen. Die Auswirkungen fossiler Energieträger auf die Umwelt, insbesondere den Klimawandel, erfordern eine Transformation der Personen- und Gütermobilität. Dies führt zur Entwicklung nachhaltiger Energie- und Antriebssysteme sowie zur Veränderung der Geschäftsmodelle in der Mobilität. Treiber der Veränderungsprozesse sind die laufend strenger werdenden gesetzlichen Vorgaben, aber auch das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung. Hierzu ein paar Zahlen. Der Mobilitätssektor ist für etwa ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, der Verkehr auf der Straße für etwa 17 Prozent. Der Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität fordert Fahrzeughersteller, Zulieferer und Dienstleistungsbranchen ebenso wie das betriebliche Flottenmanagement und private Nutzer. In verschiedenen Regionen auf der Welt werden Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen erlassen. Ende 2019 wurde von der Europäischen Kommission der sogenannte Green Deal veröffentlicht. Das Ziel ist ein CO2-neutraler Kontinent in 2050. Nun können wir sagen, bis 2050 ist es noch sehr lange. Allerdings wurden von der Europäischen Kommission Zwischenschritte definiert, um das Ziel auch tatsächlich erreichen zu können. Beispielsweise eine Senkung der CO2-Emissionen um 55 Prozent bis ins Jahr 2030. Als eine Konsequenz erlässt die Europäische Kommission Gesetze und Richtlinien zum Beispiel zur Einschränkung des Kraftstoffverbrauchs von Fahrzeugen. Dieser beeinflusst direkt die CO2-Emissionen. Des Weiteren werden in der EU ab dem Jahr 2035 mit wenigen Ausnahmen keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen. Die Reduktion der CO2-Emissionen wird über die Fahrzeugflotten reglementiert. Dies bedeutet, dass ein Fahrzeughersteller ein vorgegebenes Limit der durchschnittlichen CO2-Emissionen der verkauften Flotte an Neuwagen in einem Markt nicht überschreiten darf. Die Folie zeigt diese Flottenziele beispielhaft für USA, Japan, China und die EU. An sich ist der Trend zur Reduktion in allen dargestellten Märkten gleich. In Europa haben wir allerdings die ambitioniertesten Ziele mit 95 Gramm pro Kilometer seit 2021 und einem in Diskussion befindlichen Ziel von knapp 60 Gramm pro Kilometer im Jahr 2030. Was bedeuten diese Ziele? Die CO2-Emissionen hängen direkt mit dem Kraftstoffverbrauch zusammen. In einem Verbrennungsmotor wird der Kraftstoff bestehend aus Kohlenwasserstoffen verbrannt, das bedeutet mit dem Sauerstoff aus der Luft oxidiert. Somit kann man für einen vorgegebenen Kraftstoff, zum Beispiel Benzin oder Diesel, mit Hilfe von Faktoren den CO2-Ausstoß pro Liter Verbrauch errechnen. Es ergeben sich die folgenden Werte. Das Limit von 95 Gramm pro Kilometer entspricht einem Kraftstoffverbrauch von etwa 4,1 Liter Benzin oder 3,6 Liter Diesel pro 100 Kilometer im Normzyklus. Die für 2030 angepeilten 59,4 Gramm pro Kilometer entsprechen etwa 2,6 bzw. 2,3 Liter Kohlenstoffverbrauch. Insbesondere die Zielwerte für das Jahr 2030 sind mit Fahrzeugen, welche mit Verbrennungskraftmaschinen betrieben werden, nicht erreichbar. In diesem Zusammenhang wird ersichtlich, dass der Gesetzgeber einen Wandel zu hybriden bzw. elektrisch angetriebenen Fahrzeugen einleitet. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen können in drei Gruppen geteilt werden. Erstens die Herausforderungen für Fahrzeughersteller. Es werden Strafzahlungen für die Hersteller fällig, falls die CO2-Flottenziele nicht erreicht werden. Die technischen Herausforderungen zur Weiterentwicklung von Verbrennungskraftmaschinen zur Erfüllung der Abgasvorschriften sowie die Umstellung auf elektrische Antriebe erfordern hohe Investitionen. Zurzeit werden bei den Fahrzeugherstellern die Weichen für die zukünftige Technologiepalette gestellt. Dies erfordert wichtige strategische Entscheidungen. Für die Automobilindustrie bedeutet dies eine Erweiterung bzw. Änderung der Produktportfolios und der Dienstleistungen. Speziell die Zuliefererindustrie, aber auch Dienstleister, Werkstätten und alle in der Wertschöpfungskette involvierten Unternehmen sind gefordert, die entsprechenden strategischen Entscheidungen zu treffen und die Risiken richtig einzuschätzen. Drittens für das Flottenmanagement definieren die gesetzlichen Rahmenbedingungen und richtungsgebende politische Maßnahmen die Umstellung der Fahrzeugflotten. Dies kann in verschiedenen Ländern und Regionen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Mittelfristig ist mit veränderten Kostenstrukturen und Investitionen für die Infrastruktur, zum Beispiel Ladestellen für Elektrofahrzeuge, zu rechnen. Dieses Video schließt mit Aufgabenstellungen für das Selbststudium. Die Fragestellungen auf Folie 7 sollen Sie dabei unterstützen, die betriebliche Mobilität in Ihrem Unternehmen zu analysieren und Ideen zur Einführung einer nachhaltigen Mobilität zu entwickeln. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.